hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen video heute bei abenteuer brettspiele ja von mir gibt es ein paar kleine ostergrüße und ich möchte einfach mal kurz meine ja brettspiel ostereier suche vorstellen die heute und morgen also am sonntag und montag auf abenteuer-brettspiele.de stattfindet das ist ein kleines ostereier suchspiel denn ich habe insgesamt fünf ostereier auf meiner website versteckt genauer gesagt im neuen brettspiel verzeichnis und wer die alle findet und wer die codes an mich sendet mit einem formular was ihr auch auf dieser seite findet die ich natürlich auch in den show notes verlinke der kann eines von drei brettspielen gewinnen nämlich der herr der ringe gemeinsam zum schicksalsberg das neue kooperative herr der ringe spiel von kosmos es gibt auch ein halligalli twist eine noch lustigere und hektische abwandlungen abwandlung des bekannten partyspiels und es gibt gap ein sehr schönes kleines kartenspiel von fun bot also ihr könnt eines davon gewinnen ich verlose alle drei natürlich und bis zum 10 april um 23 59 also bis zum ostermontag mitternacht mitternacht könnt ihr teilnehmen und könnt eben auf die suche gehen und dazu müsst ihr einfach fünf hinweise entschlüsseln und die habe ich hier auf dieser seite auch angegeben für alle fünf spiele jeweils drei ja begriffe die als hinweise dienen und ihr geht dann einfach in das brettspiel verzeichnis sucht entsprechend das spiel wo ihr denkt das passt dazu und wenn ihr richtig liegt findet ihr dort ein buntes osterei mit einem code mit einem fünfstelligen code die fünf kurz tragt ihr einfach eine diese fünf bereiche euren namen eure e mail noch hier unten datenschutz einverständlicherklärung abgeben und dann sendet ihr es ab und dann nehmt ihr an der verlösung teil wenn die codes alle richtig sind ja und das brettspiel verzeichnis zeige ich euch auch noch gleich das ist hier zu finden auch oben in der hauptnavigation unter verzeichnis ja und hier findet ihr auch eine auflistung nach anfangsbuchstaben so dass ihr einfach reingehen könnt in irgendwelche seiten ich öffne mal jetzt hier irgendeine und dann seht ihr hier mehr oder weniger viele daten über dieses brettspiel die halt entsprechend gesammelt wurden ihr könnt natürlich auch eine abstimmung jeweils bei jeder dieser brettspiele teilnehmen und ihr könnt ein kommentar hinterlassen wenn ihr das spiel kennt und euch gefällt und hier oben müsstet ihr eben dieses ei dieses farbige ei mit dem code sehen wenn ihr auf der richtigen seite seid ja das war mein kurzer blick auf das ostereier suchspiel auf abenteuer brettspiele ich hoffe im teil wie gesagt gibt was schönes zu gewinnen und dann wünsche ich euch noch schöne ostern und bis bald